Kapitel 9 Textanalyse von Daniel 9 Vers 25 Dies vorweggeschickt soll jetzt untersucht werden, ob die hier vorgenommene Berechnung, nämlich sowohl die ersten sieben als auch die 62 Jahrwochen, beide jeweils von 605 vor Christus zu rechnen, auch im Text der Bibel selbst, also in Daniel 9 Vers 25 erwähnt und damit erlaubt ist. Kapitel 9.1 Das Dabar Im Hebräischen ist Dabar lediglich ein Wort. In der folgenden Abbildung ist Daniel 9 Vers 23 mit dem Dabar abgebildet, denn als der Engel zu Daniel kommt, um ihn zu unterrichten, sagt er, dass ein Dabar ausgegangen sei, das ihm befohlen habe, Daniel aufzusuchen. Ein solches Dabar ist ebenfalls in Jeremia 25 an Jeremia als göttliches Wort geschehen. Dabar ist also lediglich ein Wort, manchmal ein Wort Gottes an seine Propheten oder an seine Engel. Es ist kein Dekret, Befehl oder Erlass eines heidlichen Königs, wird aber in vielen Bibeln mit Befehl übersetzt, um eine gedankliche Brücke zu Ataxerxes und dessen Erlass herzustellen. Folgerichtig verweist der Engel für den Beginn der 70 Jahrwochen ebenfalls auf ein Dabar, auf ein Wort Gottes, obwohl in der hier verwendeten Abbildung im Englischen fälschlicherweise mit Command, Befehl übersetzt wird. Dieses göttliche Wort geschah in Jeremia 25 Vers 1 an Jeremia, in dem Kapitel, das Daniel las und in dem er fand, dass Judah nach 70 Jahren wieder ins Land zurückkehren sollte, hier im Englischen richtig mit Word übersetzt. Wenn also der Beginn der 70 Jahrwochen bestimmt werden soll, muss man nach einem solchen Wort Gottes suchen und nicht nach den Erlassen, Edikten und Befehlen heidnischer Könige wie der des Kyros, des Darius oder des Ataxerxes. Das ist wichtig. Kapitel 9.2 Das Ednach Der Grund, warum die Übersetzungen von Daniel 9 Vers 25 folgende so stark voneinander abweichen, ist der, dass der hebräische Text keine Satzzeichen kennt und die Passage derart wortkarg ausfällt, dass jede leserliche Übersetzung aus grammatikalischen Gründen zwangsläufig zur Deutung und Interpretation wird. Aber das ist ein altbekanntes Problem des Hebräischen. Um den hebräischen Text besser lesbar zu machen, haben die Masoreten im Mittelalter Vokale, Satzzeichen, Betonungszeichen und Zeichen, die das Singen der Bibeltexte ermöglichen sollen, eingefügt. Dazu gehört auch die hebräische Trope Ednach. Das Ednach oder Ednachtar ist eine Trope in der jüdischen Liturgie und zählt zu den biblischen Satz-, Betonungs- und Kantilationszeichen, den Theamim. Als eines der wichtigsten Satzzeichen teilt sie fast jeden Vers im Tanach in zwei Vers-Teile. Quelle Wikipedia, Abfragedatum 2.01.2023. Das Ednachtar steht nach den sieben Wochen und trennt diese von den nachfolgenden 62. Man müsste also ungefähr so übersetzen. Bis auf einen gesalbten Fürsten sind sieben Wochen Ednach und 62 Wochen. Die masoretischen Schriftzeichen sind von Rabbinern im Mittelalter ergänzt worden. Sie sind im ursprünglichen Grundtext nicht enthalten, sind also nicht inspiriert. Dennoch argumentieren manche Ausleger, dass deshalb die sieben Jahrwochen von den 62 Jahrwochen getrennt werden müssten, weil das Ednach nach den ersten sieben Jahrwochen stünde und diese von den 62 Jahrwochen trenne. Dr. Roger Liby, ein bestens reputierter und überregional bekannter Schweizer Theologe, ist der Meinung, dass dieses Ednach keine trennende Bedeutung habe und zitiert aus dem Alten Testament nachvollziehbare Parallelstellen, die zeigen, dass ein Ednach nicht zwingend einen Satz oder Vers in zwei Teile trenne. Unter anderem daraus folgert er, dass die sieben und die 62 Jahrwochen zu 69 Jahrwochen addiert werden dürfen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Prophetie von Daniel 9 sich ausschließlich derart erfüllt habe, dass nach 69 Jahrwochen der Messias gekommen und nach sieben Jahrwochen Jerusalem wieder vollständig aufgebaut gewesen wäre, was aber beides nicht richtig ist, wie oben gezeigt. Kapitel 9.3 Kyrus und Antiochus Epiphanes Der Engel sagt nicht, dass nach sieben Jahrwochen Jerusalem wieder aufgebaut sein wird, sondern dass nach sieben Jahrwochen ein gesalbter Fürst kommt. Nur wenn man die ersten sieben Jahrwochen und die 62 Jahrwochen jeweils vom Jahr 605 v. Chr. ausgehend rechnet, kommt man auf solche gesalbten Fürsten, einmal auf Kyrus und einmal auf Antiochus Epiphanes. Das ist großartig, denn diese beiden antiken politischen Größen, der Perser und der endzeitliche Antiochus Epiphanes werden in der Endzeit wieder auftauchen. Einerseits ein endzeitliches persisches Reich, das endzeitliche Assyrien, der Iran, Irak etc. und andererseits der Antichrist, ein seleukidischer Syrer, dessen antiker Typus Antiochus Epiphanes war. Diese beiden, der endzeitliche Antiochus Epiphanes, der Antichrist und das endzeitliche Persien, der Iran, werden Israel verwüsten. Das ist es, was der Engel Daniel mitgeteilt hat. Die Prophetie in Daniel 9 hat also mit dem Kommen Jesu bei dessen triumphalem Einzug in Jerusalem bzw. mit seiner Kreuzigung nichts zu tun. Vielmehr lässt der Engel Daniel vom Jahr 605 aus, diese beiden politischen Mächte errechnen, den endzeitlichen Perser und den endzeitlichen Antiochus Epiphanes, wobei die Figur des antiken Antiochus Epiphanes mit der des endzeitlichen Antichristen aufs engste ineinander verwoben ist, wie wir oben gesehen haben. Diese beiden politischen Größen sind es, die wir in der Endzeit zu erwarten haben, und nicht das Römische Reich. Sie werden in der 70. Jahrwoche Israel und die ganze biblische Welt verwüsten und schlussendlich in Hamageddon aufeinandertreffen, denn der Engel sagt zu Daniel sinngemäß, Daniel, die Verwüstung, die du jetzt, also während der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft in Israel und den umliegenden Ländern zu sehen meinst, ist gar nichts im Vergleich zu der großen Verwüstung, die noch kommen wird. Denn diese beiden politischen Größen, der Iran und der Antichrist, werden Israel und alle umliegenden Länder verwüsten. Diese Verwüstung wird bis ans Ende dauern und es wird sogar ein Gräuel der Verwüstung angerichtet werden. Das ist es, was der Engel Daniel gezeigt hat. Er hat Daniel erklärt, wer die beiden sind, die in der Endzeit Israel verwüsten werden, wie das in der biblischen Geschichte noch nie geschehen ist. Eben weil das alles so komplex ist, fordert der Engel Daniel auf, sehr genau zuzuhören. Kapitel 9.5 Das Taschub Wenden wir uns jetzt nochmals zurück zu der hier favorisierten Berechnung und Fragen, enthält auch der Text selbst einen Hinweis darauf, dass die Berechnung der sieben und der 62 Jahrwochen beide von 605 vor Christus erfolgen muss. Sagt der Text so etwas wie vom Ausgang des Wortes, das Jerusalem wieder gebaut werden wird, bis zu einem gesalbten Fürsten sind es einmal sieben Jahrwochen und vom gleichen Zeitpunkt noch einmal 62 Jahrwochen. Das Wort Taschub, Strong Nummer 77 25, bedeutet so viel wie erneuern, wiederholen, zurückkehren. Es kommt in Vers 25 gleich zweimal vor. Beim ersten Mal bezieht es sich auf den erneuten, also wiederholten Aufbau Jerusalems nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Das andere Mal bezieht es sich in fast allen Übersetzungen auf die Plätze und Gräben, die wieder gebaut werden sollen. In diesem Buch wird hingegen unterstellt, dass sich das Taschub auf den Propheten Daniel bezieht. Er soll auch die Periode von 62 Wochen erneut, also wiederholt so berechnen, wie die ersten sieben Jahrwochen, nämlich vom gleichen Startpunkt. Daniel soll also auch mit der Berechnung der zweiten Periode zurückkehren, Taschub, zum Jahr 605 vor Christus. Das soll im Folgenden bewiesen werden. Denn wenn das Taschub eigentlich meint, dass Daniel auch die 62 Jahrwochen vom Jahr 605 berechnen solle, würde das bedeuten, dass auch im Text selbst diese Anweisung enthalten ist, zweimal von 605 vor Christus zu rechnen. Das wäre eine großartige Bestätigung der hier favorisierten neuartigen Berechnung der 70 Jahrwochen. Dass sich Taschub auf die erneute Berechnung der 62 Jahrwochen von 605 vor Christus beziehen soll, klingt zunächst unglaublich, weil es in den Übersetzungen regelmäßig in der dritten Person feminin singular zitiert wird, sie wird zurückkehren. Aber das gleiche Wort kann auch die zweite Person maskulin singular annehmen, du wirst zurückkehren. Dann aber bezöge es sich auf Daniel, dem vom Engel der Befehl gegeben wird, mit der Berechnung der 62 Jahrwochen wieder zum Jahr 605 zurückzugehen. Aber der Reihe nach. Das Englische auf der Internetseite von Biblehub.com übersetzt hier gut. Und wisse deshalb und verstehe, vom Ausgang des Befehls zu erneuern und zu bauen Jerusalem bis auf … sind es 7 Wochen und 62 Wochen erneut im Englischen Again. Hier steht also nicht, dass die 67 und 62 Jahrwochen zu 69 Jahrwochen addiert werden müssten oder dass Plätze und Gräben wiedergebaut werden sollen, sondern hier steht, dass die Berechnung der 62 Jahrwochen erneut, wiederholt, noch einmal von vorne begonnen werden soll, nämlich vom Jahr 605 vor Christus. Dieses zweite erneut wird in den Übersetzungen zu allermeist unterschlagen, weil es einfach zu unwahrscheinlich anmutet, die 62 Jahrwochen noch einmal von vorne zu berechnen. Die Übersetzer können, wegen der übermächtigen Auslegungstradition, die 70 Jahrwochen bis auf Christus zu rechnen und ihrer Unkenntnis der hier beschriebenen Berechnungsweise nichts anderes mit Taschub anfangen, als es mit wiedergebaut zu übersetzen und es den Plätzen und Gräben zuzuordnen, statt den 62 Wochen. Sie übersetzen und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wie wohl in kummervoller Zeit. Aber das Wörtchen Taschub, gehe zurück, gehört zu den 62 Wochen und noch genauer eigentlich zu Daniel, wie wir gleich noch sehen werden, und nicht zu den Plätzen und Gräben, so dass man eigentlich übersetzen müsste, bis ein gesalbter Fürst kommt, sind es einmal sieben Wochen und noch einmal 62 Wochen, und Plätze und Gräben werden gebaut werden, wie wohl in kümmerlicher Zeit. Damit würde nicht allein die von mir durchgeführte Berechnung, sondern jetzt auch der Text selbst diese Berechnungsweise bestätigen und die Ermittlung der beiden Herrscher mittels der Jahrwochenfristen sogar vorschreiben. Zudem sei angemerkt, dass eine Übersetzung von Taschub als wieder gebaut werden grammatikalisch nicht erlaubt ist, denn wieder ist ein Adverb und soll in den gängigen Übersetzungen beschreiben, wie gebaut wird, nämlich wieder. Aber Taschub ist im Hebräischen kein Adverb, sondern ein Verb, zurückkehren. Deshalb ist eine Übersetzung von Taschub wie Nibnetach als wieder gebaut werden nicht zulässig. Es wird allein deshalb mit wieder übersetzt, weil man nicht in der Lage ist, es sonst irgendwo im Satz unterzubringen. Kapitel 9.6 Professionelle Unterstützung In einer Mail vom 12. Januar 2023 hat mir auf Anfrage ein ausgewiesener Fachmann der hebräischen Sprache, den ich aus Datenschutzgründen hier nicht namentlich nennen kann und will, folgendes geschrieben. Nach der hebräischen Grammatik kann man Daniel 9 Vers 25 nicht in dem von ihnen vorgeschlagenen Sinne konstruieren. Die Form Schub ist grammatisch eine dritte Person Feminin Singular und bedeutet wörtlich übersetzt, sie wird zurückkehren. Rein theoretisch könnte es auch zweite Person Maskulin Singular sein, du wirst zurückkehren, was aber an dieser Stelle keinen Sinn ergibt. Als Bezugswörter kommen nur Jerusalem oder Platz. Das Wort Reshop ist im Hebräischen ein Feminin in Frage. Die 62 Wochen sind dagegen im Hebräischen ein Maskulin Plural. Ende des Zitats Der Autor dieser Zeilen, der auch professionell mit der Übersetzung von biblischen Texten betraut ist, stimmt meiner Lesart also nicht zu. Er sieht einen Bezug des Wörtschens Taschub lediglich in seiner Beziehung zu Jerusalem oder Platz gegeben. Dies deshalb, weil Taschub in der dritten Person Feminin Singular steht. Er bleibt bei der üblichen Übersetzung, da Platz im Hebräischen ebenfalls Feminin ist und würde Daniel 9 Vers 25 folgendermaßen übersetzen. So wisse nun und gib acht, Punkt, 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 bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es sieben Wochen, Semikolon, und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein, mit Plätzen und Gräben, wie wohl im Kummer voller Zeit. Das Wieder in wird es wieder aufgebaut sein, ist das hebräische Taschub. Es wird in allen mir bekannten Bibelübersetzungen in einen direkten Bezug zum Wiederaufbau der Plätze und Gräben gesetzt. Dabei ist Reshop, Plätze, zwar Feminin, aber Veharos, Gräben, ist nicht Feminin, sondern Maskulin. Ob sich das Taschub mit seiner grammatischen Form der dritten Person Feminin Singular im Hebräischen gleichzeitig auch auf Veharos, Substantiv Maskulin Singular, beziehen darf, weiß ich nicht. Allerdings ist die Nebenbemerkung in der mir vorliegenden Mail, dass Taschub auch zweite Person Maskulin Singular sein könne, aufs Höchste spannend. Der Verfasser der Mail glaubt zwar nicht, dass diese grammatische Form an dieser Stelle Sinn machen könne, aber eben sie ist die Lösung, die Daniel 9 Vers 25 erklärt. Er schreibt, Die grammatische Form von Taschub kann also auch zweite Person Maskulin Singular sein. Dann stünde Taschub aber in der gleichen grammatischen Form, in der der Engel seine Anrede an Daniel richtet und hieße, Du Daniel wirst zurückkehren. Das bedeutet, dass der Engel mit seinen Worten Folgendes meinte, Du Daniel wirst auch mit der Berechnung der 62 Jahrwochen zurückkehren, zum Anfang, nämlich dorthin, von wo Du auch die sieben Jahrwochen gerechnet hast, Du wirst wieder zurückkehren ins Jahr 605 v. Chr. Interessant ist dabei, dass Daniel Kyrus durchaus als Erfüllung der Prophetie des Engels in Daniel 9 identifiziert haben kann, denn wenn er das Jeremia-Buch kannte, kannte er auch das Jesaja-Buch und Kyrus kannte er immerhin persönlich. Taschub bedeutet laut dem Autor der Mail, Du wirst zurückkehren. Sollte Daniel etwa mit der Berechnung der 62 Wochen erneut ins Jahr 605 v. Chr. zurückkehren und noch einmal von dort rechnen, statt die sieben und die 62 Jahrwochen zu 69 Jahrwochen zu addieren? Meinte der Engel das? Ich bin zutiefst davon überzeugt, denn nur so bekommt die Rechnung und der Text Sinn. Das ist ein grandioses Ergebnis. Kapitel 9.6.1 Die Variante Als Ergebnis der obigen Untersuchungen müsste Daniel 9 Vers 25 eigentlich so lauten. Und wisse daher und verstehe, vom Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder zurückkommen wird und zu bauen ist, bis zu einem gesalbten Fürsten sind es einmal sieben Wochen und noch einmal 62 Wochen, denn Du wirst noch einmal zum Ausgang des Wortes zurückkehren und von dort erneut rechnen. Und Plätze und Gräben werden gebaut, wie wohl in kummervoller Zeit. Nach meinem gegenwärtigen Kenntnisstand ist solch eine Übersetzung grammatikalisch also möglich. Inhaltlich und kalkulatorisch ist es sie auf jeden Fall. Kapitel 10 Komplikationen in den beiden Berechnungen Die hier favorisierte Berechnung, beide Fristen vom gleichen Datum auszurechnen, erzeugt bei vielen ein gedankliches Problem. Denn eine zeitliche Überschneidung der sieben und der 62 Wochen erscheint dem europäischen Leser auf den ersten Blick mehr als unwahrscheinlich. Nach unserer Vorstellung müssen alle Jahrwochen zeitlich linear hintereinander folgen, um sich zu 69 bzw. 70 Jahrwochen zu addieren. Bei einer Überschneidung glauben wir, dass sieben Jahrwochen fehlen würden. Denn die würden sich ja zeitlich mit den 62 Jahrwochen überdecken, sodass nach linearer Vorstellung lediglich 63 Jahrwochen ablaufen müssten und nicht 70. Aber der Reihe nach. Schauen wir uns zunächst noch einmal die bisherige Berechnung an. Bei Addition der ersten sieben und der 62 Jahrwochen zu insgesamt 69 Jahrwochen erhält man 483 Jahre. Rechnet man damit von 445 vor Christus aus, verfehlt man das Sterbejahr Jesu um 6 Jahre, denn man kommt so ins Jahr 38 nach Christus. In dem Jahr kann Christus aber aus diversen Gründen nicht gestorben sein. Also multipliziert man die 483 Jahre mit 360 Tagen, denn ein Mondjahr hat 360 Tage und erhält 173.880 Tage. Dann dividiert man wieder durch 365 Tage, denn ein Sonnenjahr hat 365 bzw. 366 Tage, berücksichtigt die Schaltjahre und schrumpft so die 69 Jahrwochen auf nur noch 68,14 Jahrwochen, damit man ins Frühjahr 32 nach Christus kommt. Damit glaubt man, das Todesjahr Christi exakt berechnet zu haben und freut sich so sehr über dieses zweifelhafte Ergebnis, dass man ganz vergisst, was der Engel gesagt hatte. Und dem aufmerksamen Leser drängt sich geradezu die Frage auf, wollte das der Engel? Darf man die 69 Jahrwochen eigenmächtig auf 68,14 Jahrwochen verkürzen? Ich meine nicht. Ich gebe also zu bedenken, dass bei der herkömmlichen Berechnung keine 69 Jahrwochen mehr existieren, sondern nur noch 68,14. Es existieren auch keine 62 Jahrwochen mehr, sondern nur noch 61,2. Es existieren keine 7 Jahrwochen mehr, sondern nur noch 6,9 und auch keine 70 Jahrwochen, sondern nur noch 69,14. Hier fehlt also fast eine ganze Jahrwoche. Das ist gravierend. Das Argument, das meiner Berechnung vorgehalten wird, müsste also zuvörderst auf die bisherige Rechnung angewendet werden, die diesem Anspruch auf keinen Fall gerecht wird. Und selbst wenn es erlaubt und vom Engel gewollt war, treten noch viele weitere, gravierendere Unstimmigkeiten auf, wie ich weiter unten noch zeige. Es lohnt sich also nicht mehr, sich noch weiter mit der alten Berechnung zu befassen, denn sie ist auch aus anderen Gründen endgültig obsolet, wie wir gleich sehen werden. In meiner Rechnung hingegen sind die vom Engel vorgegebenen drei Phasen klar definiert und eindeutig zu verorten. Beides ist in der bisherigen Rechnung nicht möglich, denn in ihr werden die Fristen unerlaubterweise addiert und bis zur Unkenntlichkeit verändert, geschrumpft und ineinander verschmolzen, denn durch die Umrechnung in Sonnenjahre werden ja nicht allein die 62, sondern auch die ersten sieben Jahrwochen geschrumpft. Und wird damit nicht auch die letzte siebzigste Jahrwoche ebenso geschrumpft? Schlussendlich verbleiben uns nur zwei Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen. Entweder wir bleiben bei der alten Berechnung, dann haben wir kein Problem mit der Überschneidung der ersten beiden Phasen, stehen aber all den bisherigen und zum Teil oben beschriebenen Problemen gegenüber, die meines Erachtens deutlich gravierender sind. Oder wir akzeptieren in der neuen Berechnung die Überschneidung der ersten beiden Phasen, dann lösen sich die Probleme mit der Berechnung der Fristen und der Übersetzung des Textes sinnvoll auf, denn letzten Endes existiert keine andere sinnvolle Berechnung, die die drei Perioden, die der Engel ankündigt, unverändert belässt. Wenn die Berechnung bis auf Kyros und Antiochus Epiphanes geführt wird, entsteht noch etwas Wichtiges. Die Kapitel 7 bis 12 im Daniel-Buch stehen dann nämlich in Bezug zueinander und ergänzen sich gegenseitig. Daniel 7 zeigt, aus welcher Gegend der Antichrist, das kleine Horn, kommen wird. Daniel 8 zeigt, aus welcher politischen Dynastie er hervorgehen wird. Daniel 9 zeigt, dass er Antiochus Epiphanes aufs Haar gleicht und wann er kommt. Daniel 10 bis 11 schließlich zeigt, was er während seiner Regierung tun wird. Durch die neue Berechnung wird deutlich, dass sich die komplette Daniel-Prophetie ab Kapitel 7 auf den Antichristen fokussiert und das ausgehend von einem kleinen Horn und hinführend zu Antiochus Epiphanes. Eine solch durchgängig konzentrierte Hinführung zu dem Endzeitherrscher ist mit der alten Berechnung nicht möglich, weil sie durch eine angebliche Prophetie auf das Kommen Christi unterbrochen würde. Natürlich erwarten wir das Kommen Christi und natürlich wird Christus im Daniel-Buch als Herrscher aller Herrscher gezeigt, allerdings nicht in Daniel 9. Denn Daniel 9 berichtet detailreich von Christi Gegenspieler, dem Antichristen. Und wir Christen sollten darin geübt sein, beide nicht miteinander zu verwechseln, wie das allerdings bei der alten Berechnung regelmäßig geschieht. Meiner Meinung nach müssen sich die 70 Jahrwochen ganz ungezwungen auf Zeitpunkte beziehen, die im inhaltlichen, kontextuellen, geschichtlichen und prophetischen Zusammenhang der Daniel-Prophetie stehen und sie auf sinnvolle Weise um weitere Komponenten ergänzen. Denn sonst wäre der Engel ja umsonst bei Daniel gewesen und hätte seine äußerst mühsame Reise vergeblich angetreten, weil ihn niemand verstand. Deshalb sagt der Engel sinngemäß, merke auf und verstehe, das, was ich dir jetzt mitteile, ist nicht einfach. Untertitelung des ZDF, 2020